Moin meine Lieben, Jürgen und ich sind heute wieder unterwegs, sind in Wendorf beim Möbelpark, beim Möbelhaus Schulenburg, Iitz heißt der Laden, da sind wir ja schon öfter gewesen. Ich habe genommen das Gyros vom Spieß mit Salziki, Krautsalat und Pommes, das kostet 9,90. Dann habe ich ein Spieze genommen, kostet 92 und dann hat das Dessert kostet 1,95. Dann habe ich noch, wie ihr seht, zweimal Mayo, zweimal Ketchup genommen, kostet nicht was 30 Cent, also 1,20. Jürgen hat genommen einen Rahmschnitzel, leider wartet er noch, sonst würde ich es aufnehmen. Das kostet 10,90 mit Champignon und Pommes. Bisher war das immer top hier, kann ich euch nur empfehlen. Ansonsten sage ich mir sogar mal guten Appetit und euch einen schönen Tag. Ciao.